Rechte Handlung Heilsam zu handeln bedeutet zum einen, auf alles zu verzichten, was Leid verursacht, wie zu töten, zu stehlen, zu lügen und so weiter. Und darüber hinaus solche Handlungen zu verstärken, die heilsam wirken. So können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass andere Menschen Entlastung, Pflege, Essen, Bildung oder Schutz erhalten. Besonders die letzte Form der Unterstützung beschränkt sich jedoch nicht nur auf Menschen, sondern richtet sich auf alle Lebewesen, Hund, Maus, Ameise, Spinne, Fliege, Mücke. Rechtes Handeln ist das vierte Glied mit drei Komponenten. Erstens, sich des Tötens zu enthalten und stattdessen sanft und mitfühlend zu handeln. Zweitens, sich des Stehlens zu enthalten und ehrlich zu sein. Und drittens, sich von sexuellem Missbrauch zu enthalten. Für Laien bedeutet das, die ehelichen Rechte der anderen zu respektieren, während es für Mönche und Nonnen das völlige Zölibat bedeutet. Das Sanskrit-Wort Karma bedeutet Handeln, schließt aber auch die Resultate unseres Handelns mit ein. Im Buddhismus hat Handeln drei Aspekte. Handeln von Körper, Rede und Geist. In jedem Moment denken oder sprechen wir oder werden körperlich aktiv. Unsere Handlungen haben eine Wirkung auf uns und auf die Welt. Ihr Karma kann eine schöne und bessere Fortführung sicherstellen. Wenn wir wissen, wie wir in diesem Sinne denken, sprechen oder körperlich handeln, werden wir auch dann noch Glück für die Welt schaffen können, wenn unser Körper in seiner gegenwärtigen Form nicht länger präsent ist. Die Einsicht in Intersein macht es uns auch einfach, die Art des Lebenserwerbs zu wählen, die uns Mitgefühl und Verstehen ausdrücken lässt. Sie wissen, wie sie ihre Zeit gut nutzen können, Leid in Glück zu verwandeln und anderen zu helfen. Karma ist wie ein Sparkonto, auf dem wir unsere Gedanken, unsere Worte und unser Tun einzahlen und das auch noch nach Auflösung dieses Körpers existiert. Wir können unsere Gedanken, unser Sprechen und unser Tun der Welt anbieten. Das ist unser individueller Beitrag zur globalen Heilung und einer globalen Ethik. Bieten wir das Beste an Denken, Worten und Tun an, das wir haben. Es geht nicht verloren. Sie werden im Kosmos weiter bestehen. Ihre Wirkungen werden weiter existieren, ob unser Körper noch da ist oder sich längst aufgelöst hat. Der Buddha wollte, dass wir allen drei Handlungsaspekten unserer Aufmerksamkeit schenken. Deshalb ist jede von ihnen eine Kategorie des edlen, achtfachen Pfades. Rechtes Handeln meint vor allem richtiges, körperliches Handeln. Denken und Sprechen sind separat aufgeführt. Rechtes, körperliches Handeln erleichtert Rechter Lebenserwerb ist die Art von Beschäftigung, die uns kein Leid verursacht und durch die wir unser Ideal von Liebe und Verstehen ausdrücken können. Diejenigen unter uns, die in einem Beruf arbeiten, in dem sie ihre Liebe, Fürsorge und ihr Mitgefühl entfalten können, sollten darüber glücklich sein. Es ist wundervoll, einen solchen Lebenserwerb zu haben. Auch wenn damit vielleicht weniger Geld verbunden ist, so doch mehr Glück. Sie wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, und schon das kann sie glücklich stimmen. Rechter Lebenserwerb bringt Wohlbefinden. Schlechter Lebenserwerb schafft Leid. Er zerstört unseren Planeten, schafft Gifte, die in unseren Körper und Geist eindringen. Der edle, achtfache Pfad empfiehlt rechten Lebenserwerb. Wir wissen, dass eine Ursache des Leidens in einem schlechten Lebenserwerb liegt, bei dem wir unseren Lebensunterhalt in einer für uns und andere schädlichen Weise verdienen. Die Länder der Industrienationen verkaufen vielfach Waffen an ärmere Länder. Die Waffenindustrie ist in vielen Ländern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist kein rechter Lebenserwerb. Stellen Sie sich einen kleinen Jungen vor, vor dem viele Stunden lang die Essschale leer bleibt, weil es nichts zu essen gibt. Stattdessen bietet ihm jemand Granaten, Bomben und Gewehre an. Das ist etwas vollkommen Sinnloses. Sind Sie ein Filmemacher, wissen Sie, dass sich Gewaltfilme sehr gut verkaufen. Doch Menschen, die sich solche Filme anschauen, nehmen sehr viel Gewalt, Wut und Angst in sich auf. Menschen vergiften sich tagtäglich durch diese Filme. Oder sie stellen Autos her, die viel Benzin schlucken. Sie denken nicht an die Umweltschäden oder den Energiemangel, sondern nur daran, dass es Menschen gibt, die solche Autos kaufen wollen. Wenn wir uns in rechtem Lebenserwerb üben, denken wir über die Auswirkungen unserer Arbeit nach. Und es geht uns nicht in erster Linie um die Rentabilität. Die Unterscheidung zwischen nützlichen und schädlichen Handlungen Wie können wir dieses kostbare, aber so gefährdete und unsichere menschliche Dasein, das jederzeit zu Ende sein kann, auf bestmögliche Weise nutzen? Wenn wir ein Projekt durchführen oder eine Aktivität verrichten und uns dabei sicher sein wollen, dass wir unsere Sache wirklich gut machen, müssen wir uns erst einmal vergewissern, ob unsere Vorgehensweise die richtige ist. Manches sollte man tun, anderes eher lassen. Ein Seemann auf hoher See, ein Bergführer oder ein guter Handwerker, Aber sie alle wissen genau, dass man zu nichts kommt, wenn man nur den momentanen Launen gehorcht. Das gilt umso mehr für jemanden, der das Ziel verfolgt, sich vom Leid zu befreien. Woher wissen wir aber, welches Vorgehen richtig ist? Hier geht es für uns nicht darum, uns auf ein Dogma zu berufen, um zwischen gut und schlecht zu unterscheiden oder uns an vorgegebene Konventionen zu halten. Wir brauchen lediglich mit klarem Blick denjenigen Zusammenhängen, die zu Glück oder Leid führen, Rechnung zu tragen. Mit ein wenig Achtsamkeit können wir die entsprechenden Zusammenhänge selbst beobachten. und시 der ganzen Kupfer titelung im Auftrag des ZDF